Musik Die Füße still zu halten und hol mir das Pferd daran Ich habe Punkte ohne Ende Wenn ein Mensch ärgere dich nicht, muss ich das Pferd ärgern Okay, hab eine ganz gute Position Hab immer noch Fendi-Game-Energie und jetzt Tag, Tag, Tag Und jetzt hat sich die Vorhand mehr bewegt als die Hinterhand Nachmachen Und wieder in die andere Richtung Positioniere sie dir Okay, das reicht Wenn du jetzt den Bauchnabel so Richtung Narissa bringst, musst du wieder umpositionieren Aber das ist diese sieben Spiele, was die Pferde untereinander spielen Was machst du denn, wenn ich das mache? Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht Sowas in der Art macht die gerade Man hat auch keinen Spaß daran, ne? Die sieht ja auch echt entspannend dabei aus Ja, ja, ja Jetzt könntest du in Position kommen Wenn du deinen Bauchnabel richtest, nimm ruhig die andere Seite vom Hals Ja Dein Seil darf nicht zu kurz sein Jetzt Tag, Tag Super Super Tada Tada Ach, jetzt haben wir gar nicht das andere Das war für Lust Wie die Vorhand zu bewegen Du kannst, also jetzt als Driving Game machst du es ja ein bisschen anders Soll ich es zeigen? Mhm Ich zeig es mal vorhin Das ist schon gut mit dem Weg, das können wir auch nutzen Ja Ja Logo Also es gibt zwei Möglichkeiten Ja Ich kann nah am Pferd sein Hier vorne bedeutet ja bitte nicht weitergehen Ja So dass sie jetzt so steht, ist mir ja jetzt relativ wurscht Aber ich kann sie hier vorne kontrollieren Ja Ja Jetzt gehe ich in Pferd wieder erstmal zum Pferd ran Mhm Sie sollt wissen, jetzt bitte nicht bewegen Und das hatten wir ja in Fortgefallen und dann reingebracht Kraulen bedeutet stillstehen Mhm Also wir haben uns die Kommunikation aufgebaut Aufgebaut Ja Und sie, ich sage jetzt bitte stillstehen, sollte sie das nicht tun, könnte ich hier wappeln Ja Aber sie weiß ja eben schon Ja, okay Jetzt sage ich bitte die Hinterhand bewegen mit dieser Bewegung und vorne bitte stehen Hinterhand bewegen vorne Ja Ja Danke, das ist die Lösung Ja Durch mein Wegdrehen Ja Okay Das machst du als erstes und dann kommt noch eine zweite Variante Okay, alles klar